Nein, wirklich war hart korrekt, ne? Ich glaube, man hat es aber streamig gehört. Ah, Leute, wir bezahlen die Putsfrau die ganze Zeit gar nicht. Wir sind echt ehrenlos. Kann ich die Discord öffnen? Ja, die Putsfrau die Zeit, wir ziehen die ganze Zeit übertrieben ab, ne? Karrierenlos von uns, egal. So, registrieren. Account-Name. Ich nehme jetzt wirklich der aktive Mati. Klapp-Name. Oh, ich habe den Arm in der Hand. Okay, ich habe den Arm in der Hand. Ah, was ist das? Okay, ich habe den Arm in der Hand. lesen hätte ich dann gekriegt die nutzerbedingungen passwort ist zu schwach und zu unmützig er kann unterstellen ich glaube es klappt ich will mich nicht verifiziert auch mal wirklich korrekt an euch ich weiß nicht wer es ist aber echt nice alles wäre das hier dauert so lange ich versuche das so lange mache ich so lange lasse musik laufen reichern ja ein server stelle ich will keinen server stellen direkt nun okay jetzt jetzt klappt das bestimmt wie komme ich jetzt mein discord das wäre nice wo sehe ich denn das auf dem handy ach hier der also mit abstand der aktive matti aber ich habe matti mit doppel a geschrieben unangenehm aber ich kann es einfach stream kurz zeigen man sieht genau gar nichts vielen dank jetzt hier ein bisschen erkennt man es ja mal so ein bisschen jetzt erkennt man es ganz gut wenn die kamer scharf stellen würde jetzt wird richtig heftig doch das wird richtig heftig müssen belieben light mode schmutz nee ja ok doch aber ich habe hier noch nichts eingestellt noch gar nicht also das ist frisch runtergeladen deswegen wahrscheinlich oder vielleicht habe ich es eingestellt hat einfach nicht bemerkt weil ich einmal schnell auf beide geklickt habe wahrscheinlich hat es rechtlich also ich weiß dass man nicht lasst sich weit laufen wir laufen in derzeit bei jonas mein schönes gesicht fröhnen ok habe eine antrage für sein mit oh heftig jana wie 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 hier hier blinkt was linda the panda annehmen out 1 äh 9 11 11 und isst chips ran denn du geile saue hi ich habe ein stream deck muss ich jedem erzählen ist wichtig ich habe ein stream deck jana ich habe dich jetzt hier kriege ich denn den messen schütteln oh ja beitreten 67 mitglieder bei mir läuft ja ich bin drinnen ich muss doch rausfüllen ach hier ich bin denn willkommen jetzt gehe ich in den sprach channel hier in kann ich ihn rein was ist gut fork 4 gehe ich bin ich drinnen ja zulassen bitte äh so stressig bin ich drinnen linda weißt du es ja ich komme rein und matti guckt scheiße ran denn finde ich doch nochmal ich finde ich gerne nochmal bin ich drinnen im discord also ich erkenne es auf dem händen ich bin echt los oh krass oh krass da ist noch irgendwer drin glaube ich dürfen wir äh vorstellen das mobile overlay ja danke ich will sich drehen wir sollen mit dem sparschett sein bitte bitte ich bin verwirrt das ist so etwas das ist so gruselig am handy ich bin auf dem sparschett ich bin nicht mehr auf dem sparschett ich bin nicht mehr auf dem sparschett jetzt bin ich auf dem sparschett ah das ist verwirrt ist das verwirrt ich kriege richtig die collabs Herr botterich die malon hallo hörst du mich wenn sagt man was ich hör nichts ich ran den wand wirst du aufhören mit den dirt jokes weißt du dir warum hörst du denn nicht oder sagen sie einfach nichts und wo mich hart pranken warte ich hör sie aber super leise ich bin nicht mehr Lautsprecher Kommt es jetzt? Oh, heftig Ihr seid ja richtig laut, ich krieg Callups So Jungs, es klappt Man hört sie Ist das heftig Ich hoffe, es ist nicht allzu schlecht, die Audioqualität Falls doch, dann ist er nicht gut, tatsächlich Mein Müller, mach so verranzt, dir ist so eklig Stell dir mal bitte raus, dass du wirklich Stell dir direkt vor dein Bett, Marlon Du bist so schlecht Hallo Hallo Sollte einen Joke bringen, aber ich weiß, ich werde Das hat mir jetzt keiner eingefallen Wir können jetzt machen, weil er meinte, ich bin schlecht Kann ich so zoomen und sagen, aber dafür Dann könnte ich machen Ich bin reich und ich scheiß auf alles Problem ist, er hätte ich gelogen und wollte eigentlich nur mit meinem Stream Deck flexen Aktiv Warum schläft Marlon draußen? Weil wir ihn tatsächlich hassen Kann ich auch, es ist echt ehrenlos Was, wer Marlon mag Schmutz Absolut Schmutz Ja Aber ich weiß nicht, wie ich mir immer gehört Wer hat das überhaupt gesagt Wer hat das gesagt, das mit Schmutz Ich habe es nicht gesehen, weil ich schlecht bin Ich habe das Handy falsch rum Oder von wo kommt mir bei mir das Sound raus Ach ne doch, ist richtig Ist richtig Ich fühle mich, ich fühle mich so Rentnermäßig Ich fühle mich so alt und Rentner Wie ein Rentner Oh, jetzt sind die runterfallen Oh, Alter, ich bin so Ich fasse dir gar nichts mehr an Das bleibt jetzt genau so Oh, wie ich das Klo so mache Ey Käffchen Kip hat Bewegungsfähigkeit Level 3 erreicht Er kann schneller gehen und zu Musik tanzen Ich dachte, wir müssten, wir müssten den skillen Damit er es hinkriegt, aufs Klo zu gehen und sich zu waschen Oder es nicht mehr einkotet Ich habe mich echt vermisst War ein Witz tatsächlich So lustig, ne? Kann ich mich bitte um dich irgendwie kümmern Ich wechsle mal in die Windel Ich kann es doch nicht ganz Zeit So ein ekliges Kind Erzähl dir eine lustige Geschichte Der draußen ist sehr gut So, Linda, was machst du denn? Du machst Linda Sachen Du schläfst Wir werden da gerade so creepy gelacht Danke dir Gerne So, jetzt gehst du dir auch nochmal bitte pennen Und dann behaltet ihr euch, weil Linda kein Weil Linda sozialen Kontakt braucht Dance, wenn du Dance guckst, gehst du mir bitte kennen Ja, das stimmt Du hast einen Piezisten licht Und nur Chips tatsächlich Stimmt Vergaß Ey, krass, wir können uns fast eine Mülltonne leisten Sind wir reich Alter, Mülltonnen sind super Ich wohne auch in einer drin Ich glaube ich das tatsächlich So, 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 so Ist ja nur doof, dass ich mal in der Woche habe, werde ich einfach in irgendein Auto reingeschmissen Ist ja, aber du Unfreundlich Irgendwas Hey, Martin Marco ist mal wieder leid Wer? Marco 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 Ich glaube, bei mir mal wieder nicht, aber viel Dank Dann werde ich nur heute, hätte ich gesagt Ich glaube, bei mir immer noch ein paar Leute, wenn ihr das hier in derscheuehaut Bis zum nächsten Mal.